Moin Leute, Trimax hier. Ich bin wieder zu Hause und es geht auch direkt wieder los. Die Pro-Turniere sind zwar noch verboten, aber Epic Games wollte, bevor das ganze große E-Sports losgeht mit 100 Millionen und so weiter, einen Probedurchlauf machen von einem Turnier, wie es stattfinden könnte. Und zwar gibt es dafür ein Europa-Turnier der Duos. Das findet am Mittwoch statt, also schon in zwei Tagen. Jetzt suchen wir die deutschen Teams, die dort am Europa-Turnier teilnehmen werden. Wir haben schon einige Teams, die feststehen. Die besten Razor Rouge, City, Driver, Harmy und die Mates dazu. Teilweise spielen die auch zusammen. Aber einige Teams, wir brauchen mehr. Wir brauchen insgesamt acht Teams aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Und jetzt machen wir sechs Runden, da werden die besten vier gewertet. Kills zählen, Ranking zählt diesmal deutlich mehr. Das sind die Vorgaben von Epic unter anderem. Denen ist es wichtig, dass das Ranking sehr viel zählt. Bei uns war ja ein Kill gleich wie erster Platz. Jetzt ist, glaube ich, ein Kill, nee, also vier Kills gleich wie erster Platz. Und jetzt ist es ungefähr, weiß ich nicht, irgendwie acht Kills oder zehn Kills erster Platz. Irgendwie sowas. Also Ranking wird mehr gewertet. Das werden wir heute machen. Es gibt ganz viel zu besprechen. Diese gesamte E-Sports-Szene, das geht jetzt hier langsam voran. Ich bekomme da auch schon ein paar einige Infos, die sind noch nicht öffentlich. Aber da wird sehr viel auf uns in Zukunft zukommen. Und wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne ein Abo auf diesem Kanal da lassen, um das live zu sehen. Gerne auf Twitch und Follow. Jetzt wollen wir starten. Um 19 Uhr beginnt das Turnier. Ich werde jetzt aber noch eine Stunde lang zocken. Sniper-Modus. Ich habe eine Woche oder so nicht gezockt. Ich muss unbedingt spielen. Sniper-Modus ist mein Modus. Ich hoffe, der ist noch lange da. Jetzt will ich nicht lange reden, sondern den Stream einfach starten lassen. Bis gleich.